Hello, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Und ja, zuletzt war wohl ein Fehler vor mir, weil ich verpeilt habe, dass zu allererst nach dem ersten Autopiloten auch eine Welle kommt mit diesen Raketen. Und ja, jetzt wollen wir den Calrassi doch mal das fürchten lernen, oder? Ich denke, das haben wir soweit durch, ja? Ich mach das trotzdem mal rein oberflächlich, nur für den Fall der Fälle, dass man auf Pause gehen kann hier im Video und das, wenn man das gerne lesen möchte. Ich glaube, ich werde das vielleicht selber irgendwann mal in Anspruch nehmen, wenn ich das durchgespielt habe, dass ich dann mal in einem eigenen Video selber mal abruf, um mir dann diese Story halt reinzuziehen, weil so im Let's Play hier, wenn ich das vorlese, wird man ja irre. Das ist ja, dann ist eine Folge oder zwei Folgen voll mit Story und dem kann man hier gar nicht gerecht werden. We finally got long-range Scanners partially online, only to find that the probable origin of the Karatea... Ja, komm, das kennen wir eigentlich. Geht hier die Post ab. Wellington, what is your current status? All integrity is screwed up beyond all recognition, engines are less than 50% operational, A-Shielding is intermittent, half our turrets are destroyed, captured missile launchers are damaged, and then attacks on internal fires. Might as well give this old tub a new nickname, maybe the TCS Bullseye or something like that. You know, as grim as this looks, I'm actually looking forward to the challenge. Ja, komm, Lawak ist so fertig, lasst uns weitermachen, ja? Thunderbolts, check in. I'm locked, loaded and ready to go. The next did a good matchup job. All lights are green. Peter is primed and ready. Good. Ninja Sandman Assassin, let's keep those Thunderbolts alive. Probably need their capital ship's strike ability sooner than later. Proceed to next waypoint. Proceed to next waypoint. Ja, up geht die Reise hier. Oh, yeah. Oh, Thunderbolts fände ich auch immer wieder cool zu fliegen. Eigentlich. Aber gut. Major, picking up an entire squadron of targets. They're running hot. I can beat your heart and spit it out, Territ. Well, shoot. I was hoping we could get farther before they found us. Engage and destroy the enemy. Wellington, try to jam their comms. Maybe we can keep them from calling the rest of the captain without the bus. Wait. There's probably not yet. Oh, damn. That was a pretty cool kill. I can't press so much B as I want. I can't press so much B as I want. That's probably not. That's about 67, right? Hm. Well, that's not much. I'm not aware of. Finde ich merkwürdig, wollen wir mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem diesmal. Ich wäre ja ganz nett. Ich meine ich habe es ja eigentlich schon mal geschafft. Fast und habe dann quasi unbewusst Selbstmord begangen. Wie das so ist, ne? Man traut sich manchmal zu viel. So, da kommen die Dinger. All units, destroy those missiles. None of them get through, understood? Yes sir. Watch your distance. If you're too close when you take out a capship missile, the shockwave will tear your fighter to shreds. The targets must have got a signal to the capship missile strength. And the hostile hostile forces in the system know where we are. There's a cheerful thought. Your eyes feel so comfortable, then it comes from somewhere. All units, I'm sorry. We're on our side. We're on our side. We're on our side. We're on our side. Nochmal schauen, wie das ausgeht, ja. Aber die helfen jetzt wenigstens mal tatsächlich mit, ja? Das ist ja schon mal was. Das schien ja gut gelaufen zu sein, ne? Ja, durchaus. Vielleicht war ich auch einfach echt nur zu nürgig. Ja, bloß weg hier. Ich bin ja schon mal deutlich weiter wie sonst bisher. Seit ich mich jetzt eigentlich schon mal einmal geschafft habe, aber gut. All units that kill Rothy are putting a jamming field on us. He advised, our long-range scanners have gone blank. Bandits, bandits, I'm reading fighters closing rapidly on our position. You know what to do. Engage. So, Raketen kommen hier keine. So, wie es aussieht. Oh, was schießt der denn von hier aus? Den da? Schieße aus, ne? Raketen kommen hier jedenfalls keine, ne? Ja, lieber jedenfalls das. Oh, was schießt der, kasih. Ah, ja, jetzt sind wir von uns. Nachdenkente Beardg bin und die nächsten Gleisung bekommen. Oh, was schießt der? Ich hab versteckt, was schießt der? equilibriert für uns? Das ist jetzt nicht halt. Er ist nicht so, was schießt? Oh, was schießt der? Oh, was schießt? Oh, was schießt der? Proceed, Jeannette's Waypoint. Mal nochmal sehen, ob wir das jetzt schaffen, ja? Ich will's hoffen, weil sonst fängt mir dann doch langsam an, diese Mission auf den Senkel zu gehen. Ehrlich gesagt. Mehr Bandits! Stand by to engage! Major, we've got one destroyer closing in. Don't give it a chance to fire capture missiles. All units, attack the destroyer. Turrets are a priority. Should we use our torpedoes? Not yet. Wait for a specific order to fire torpedoes. There may be a bigger fish to fry out there. See if you can take out their missile launcher. Consider that guy the claw. I hope you new guys remember how to attack turrets. Die, you burnish freak! Watch out! He's right behind you! If the rockets for here might be able to attack. I can speak so hard on it. Man can kill him surely, we can kill him. I can duty any others from here. I need to fight to fire away. I don't have to fight that. If you can, you can do it. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wo sind meine Kollegen? Ich sehe keine anderen Piloten mehr. Das ist noch eine Käthe, oder? Die muss ich wohl abwehren, in der Hoffnung, dass ich es noch schaffe hier. Aber es sieht schlecht aus. Ich glaube, die kriege ich ihn nicht mehr, aber wir versuchen es mal. Oh shit ey. Ha, habe ich geschafft, ja. Das ist natürlich cool. Das ist ab und zu mal B drücken anscheinend und dann ist das machbar oder was. Da habe ich es doch schon gehört. Ordentlich kollidiert hier. Ja. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Schau mal schön draufhalten hier. Paketen schickt das Fall anscheinend nicht nach. Ist doch schon mal nicht schlecht. Das war nicht so gut. Aber das Ding ist wohl hin hier. Junge, 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 die ist ganz schön am Arsch. Vielleicht soll ich mich auch nur darum kümmern. Ups, Meldungen. Kann man so schlecht sagen. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Oder richtig genug, um hier durchzukommen. Schauen wir mal. Ja. We're clear to use those torpedoes. Major, we barely have enough torpedoes to take down one of the cruisers. And that's if we hit it just right. We'll take the other one down the old fashioned way. Let's go. Die, you foolish freak! Enemy fire is too intense. She's breaking up! Ejecting! We can't afford to lose the other Thunderbolt. Provide cover. Die, you foolish freak! Die, you foolish freak! We'll drop fire from the cruisers. That won't give you much time to land. We won't do what we have to do. We'll try to do emergency landing as the Wellington jumps. What about Hubler and Floyd? They've ejected. They're still out there. We have no means of retrieving them, Sandman. There's nothing we can do. Wellington, are you going to do this? We need to do this now. Major, our engines are overheating. Must be the damage from the last attack. We'll push it as hard as we can. Roger that. Hang on a little longer. He's on the other side. He's on the other side. I'm going to drop fire from the last attack. I'm going to drop fire from the last attack. I'm going to drop fire from the last attack. Uh oh. Zwischendurch mal B drücken, mal gucken, wie weit ich vielleicht Kettenpannen haben. Ich will ja mal selber schützen hier. Na komm. Kätzchen, komm. Die Kruisers sind fast in Rang. Wir können nicht klären. Wellington Control, du hast gedacht, was tun. Wir versuchen, aber kein Glück. Wir sind ein Schiff. Was für dich, Wellington Control? Boah, gleich mehrere. Aber getroffen, wahrscheinlich. Wir sind ein Schiff. So, woher gehen wir von hier, Major? Wir haben noch nicht herausgefunden. Ja, wir sind ein Schiff. Stop. Boah. Wir sind ein Schiff. Wir sind ein Schiff. Wir sind ein Schiff. Gutes Film. Mag ich gar nicht diese Mission. Echt absolut ganz und gar nicht. Das sage ich euch. Das ist der TCS Wellington. Die Story, dass du will, dass das Ding hochgeht. Die Story, dass du das Ding hochgeholt hast. Ich werde weitergehen. Ich werde das Ding hochgeholt werden. Okay, dann. Ich werde das Ding hochgeholt werden. 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 ich kann gerade tragen sich alleine hier, wir fliegen immer solche von meinen Leuten ich sehe, wir sind zu weit entfernt, waren es noch keine Survivoren? Justus und zwei andere Injected Piloten Wir werden die Piloten anstatt, wir müssen den Punkt an den Kilrati-Präsidenten All Batteries, open fire Ja, rip die Fleabag aus! BAM Da war aber einer auf der Flucht, wa? Ich gehe gegen 6, die Flucht Ich fliege voll auf einen Laufzug Hier ist Action Hole IchCO Ich war zu für die Flucht, das ist heraus. Biggeräusche, Los! Ich spiele das Spiel. Ja, wir müssen das Tierblatn ins ACK. Bestand in der Luft der Flucht hat uns aus. Ich würde nicht in der Luft los, lieber raus, Los! Ich bin in der Luft, was ich ans�. Oh. ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß, wir leben, um einen anderen Tag zu kämpfen. Ich weiß, dass der Grim Reaper nicht unsere Namen auf seinem Liste heute haben. Wir leben, aber wir sind nur diejenigen. Alle anderen sind alle weg. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Ich fühle mich auch schlecht für sie. Aber die Art, wie ich es sehe, der Universum hat uns nur ein Geschenk gegeben. Wir können entweder auf was wir verloren haben, oder wir können entweder auf was wir gegeben haben. Und wir haben beide gegebenen einen anderen Tag. Du musst nicht fühlen, weil du lebte. Sie alle gefilmt haben heute. Ich hätte nichts mehr von dir gefragt können. Attention, Wellington Piloten. Als Sie alle aufstehen, wir holen die Ejecten Piloten und dann gehen. Wir wollen ein cleanes System selbst machen, um zu entfernen, um zu entfernen, aber wir haben zu viel Schmerz genommen. Wir haben eine Reaktion für Einführung, um sicherzustellen, dass Oberon frei von irgendwelchen Aktivitäten ist. Entschuldigt, Dover. Wir haben heute alles, was wir können, Piloten. Aber ich habe das Gefühl, dass es nur gerade begonnen hat. Piloten, initiieren die Laufung. Auf der Dover landen. Oh, das ist das Ding hier. Also da reinfliegen, ne? Wow. So. Geschafft. Ich habe das mal kräftig auf den Sack gekriegt. So gesehen. Halt. Schön eingebaut. Mit den Jump Point hier. Das gefällt. Schade, dass das Bild so leicht grisselig ist. Das ist halt irgendwie anscheinend tatsächlich einfach nur eine Engine-Einschränkung. Jetzt haben wir hier gerade auch 30 Bilder. Ja. Das werden wir dann auch in Angriff nehmen, ne? Haben wir das wohl soweit? Und das ist nur die Frage, wie das ging. Beenden. Hier bei Extras? Nein. Hier. Menü ist ein bisschen, ja. Piloten verwalten. Kampagnenausfall. So. Hauptfeldzug. So. Ja. Und somit beende ich dann diesen Part und dann sehen wir uns in der Hauptkampagne dann wieder. Bis zum. Just. Untertitelung. BR 2018